Willkommen zurück zu einer Runde Endergames. Mit dabei Quentin und Dalu Schlund. Guten Tag. Mit dem Cheater. Der andere wirklich schmiert, wir haben es live auf Band. Das war eine Schwalbe, wir haben es alle gesehen. Eine sehr schöne Runde Endergames. Aber da kann man nichts machen. Dalu kalt bedrückt immer. Boah, diese geilen... Irgendeiner hat dann fünf Eisen da bekommen. Irgendeiner hat drei Diamant gleich mal hier vor mir. Ich habe nur einen. Gelutscht. Nur einen, ich habe gar nichts. Ein Diamant ist so gut wie gar nichts. Naja, ein Diamant hat mir schon öfters gefehlt im Leben. Ich hätte gerne einen Diamant. Ja, ich auch. Ich habe die echt sind. Ich bin wieder hier irgendwo gelandet, wo es keine Truhe gibt. Jetzt. Du musst so anfangen. Genauso wie ich letztens. Dann sagst du, hey, gehen wir auf Kies los. Verstecken die ganze Zeit. Ich grabe mich so lange ein und wenn es vorbei ist, dann machen wir ein episches Duell, wo ich gewinnen werde. Ich habe vorher schon einen mit dem Diaschwert gekillt, wo ich ein Eisenschwert habe. Gar nichts gekillt. Haben es alle gesehen. Oh, da hinten. Eine Truhe. Oh shit, vor mir ist einer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht direkt schwärmen. 15 Sekunden. No, 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 no. Alles klar, ich fliehe jetzt in die Wälder. No, 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 no. Ich habe Diamanten gefunden. Scheiße, da ist eine neue Kiste gespawnt, aber auch gleichzeitig ein neuer Spieler. Boah, da hinten geht es schon ab. Okay, ich habe gut was eingesammelt. Oh nein, ich glaube, ich werde sterben. Ich treffe gar nichts mit dem Bogen. Gar nichts. Hier sind welche, die teamen. Ganz toll. Ein ganzes Team hinter mir. Im Nacken. Ich habe nichts getroffen, Alter. Shit, ich kann nicht mal bauen. Ah, rückzug, 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 rückzug. Nein. Ich habe noch gar nichts gebaut, ne? Ich habe gerade meine Workbench verloren. Ich habe Holz. Oh, Santa kommt und verhaut mich jetzt. So, ich wurde geportet. Ist jemand in der Nähe? Oh, da kommt das Team. Da kommt das Team. Ja, hier ist wirklich ein Team unterwegs. Shit, shit, ich bin tot. Ich habe gerade gebaut. Der hat ein Diamantschwert natürlich und was? Eine Rüstung? Ne, der ist noch blau angezogen. Ein Quantum Down. Der hat meine Rüstung jetzt genommen. Ich hatte sie gerade. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Echt zum Kotzen. Okay, Rage-Modus. Ich bin zu konzentriert. Ich werde draufgehen jetzt. Ich habe nämlich noch nichts. Ich kann ihn nur mit meiner Faust schlagen. Ich habe ein Eisenschwert. Es gibt eine Hoffnung. Ich habe genug Eisen für ein Schwert, aber ich habe meine Workbench verloren. Ja, die habe ich eben gerade verwendet wahrscheinlich. Hier stand nämlich einer seelenlos rum. Ich habe auch nichts zu essen. Mann, ich muss mich am Anfang mehr verziehen von dem Spiel. Ja, man muss immer in die Wälder fliehen. Immer in die Wälder. Dass hier keine Kisten sind. Wo bin ich gelandet? Was ist hier los? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Kiste. Es ruckelt wieder so ein bisschen, ne? Ich brauche da nur eine Workbench. Oh nein! Ich muss am Ende Dalu-Kart bezwingen. Das kann ja nicht sein. Ja, das ist ja bis jetzt noch nicht schwer. Ich habe immer noch gar nichts. Okay, ich habe drei Dias. Ich habe noch weniger als nichts. Hast du wieder zufällig drei Dias gefunden. Ist dir wieder jemand zugesteckt? Ihr Dalu-Kart, nimm mein Schwert. Ah shit. Bist du das da hinten? Da habe ich keine Chance. Ich habe nichts bekommen. Es ruckelt aber auch echt extrem. Muss man mal sagen. Bei mir hat nichts gerufen. Guck mal, der eine hier zieht ihn ab mit dem Bogen. Und tot. Nein! Neun Eisen weg. Gerade hier gebaut, was? Ja, die anderen haben aber schon Diamanten. Ja, hatte der eine gerade auch. Ja, der war ja auch. Ja, was? Wozu braucht man das so? Ist das gut? Okay, jetzt springen. Da ist aber auch niemand bei ihm. Das ist immer seltsam. Es ist irgendwie wirklich ein bisschen seltsam. Es ist ein bisschen abgesprochen. Ich kenne dich ja hier so ein bisschen aus. Er kennt sich gar nicht aus. Ich bin Minecraft-Profi, auch PvP-mäßig. Das ist ein absoluter Dilettant. Das hier ist mein Gear. Also da sieht man, das Ender Games hat nicht unbedingt was mit Skill zu tun. Guck mal, jetzt steht er hier rum und wartet einfach, weil er genau weiß. Bis ich gewonnen habe, warte ich. So, Jungs, jetzt macht mal hier bitte Feierabend, ne? Wißt Bescheid, mich bitte nicht angreifen. So, wo sind sie denn? Ist hier jemand? Da, Lukat, schreibt in den Chat. Sehr nett von ihm. Soll ich jetzt mal mein Diaschwert verzaubern? Irgendwo hier dreht gerade ein Staubsauger oder sowas durch. So. Da, Lukat, ich habe eine Eisenrüstung. Die gebe ich dir jetzt mal. Nein, da, Lukat, nimm meine Diamantrüstung. Die ist viel schöner. Oh, Mann. Das ist Spannung jetzt. Sagt mir doch einfach, wo sie sind. Dürfen wir nicht. Ja. Das dürfen wir nicht. Immerhin spielt es jetzt gerade wahrscheinlich ein Neunjähriger, der sein ganzes Taschengeld jeden Monat ausgibt, nur damit er Premium ist. Was denkst du, wie der sich aufregt? Wenn dann mit so Cheatland spielt. Wenn die Teams machen, ja. Teams machen Endergames ist absolut verboten. Die sind aber immer 200 Blöcke weg. Das war ein Pech aber auch. Die müssen weit weg. Und überall, wo ich hingehe, liegen Diamanten rum. Ja, was soll ich denn noch machen? Na, Lukat, wie liegt dir so eine Diamantenspur, ne? Guck mal hier. Irgendwie ein besonderes Premium-Ding hier. 50% größere Chance auf Diamanten. Der Diamantsucher? Wahrscheinlich. Diamanten. Oh, guck mal, hier liegt Polte. Hier hat einer alles verloren. Als er gestorben ist. Oh, guck mal hier. An dem Baum mit der Markierung hat einer alles verloren. Nein. Warum steht denn hier ein Kreuz aus Holz? Keine Ahnung. Aber da finde ich auf einmal 10 Diamanten. Wow. So einfach ist das nicht, Leute. Ich stelle dir das immer so einfach vor, weil das bei mir immer so einfach aussieht. So einfach ist es nicht, sich zu bücken und aufzuheben. Ja? Zwei Tasten, die ich gleichzeitig drücken muss. Wollen die da hinten machen ein Duell? Wo ist Action? Ah, hier. Der hat Känguru. Merkt man gleich an der... Ich hätte voll gerne Känguru. Mir fehlt noch. 4.000. Bin ich jetzt bei dem Duell gelandet? Hey, ich bin's, Dalu. Achtung, Achtung. Guck, er greift schon nicht mehr an. Er greift nicht mehr an. Weil er Schiss hat. Das ist doch alles geschmiert. Dalu, nein, Achtung, ich bin's doch. Chris, du hast mir doch gesagt, ich soll stehen bleiben. Jetzt darfst du zuhauen. Scheiß Känguru. Oh, oh, jetzt bist du in der Falle. Oh, jetzt wird noch einer da? Jetzt kommt der nächste. Dalu hat seine Unterstützung. Schau's dir an, schau's dir an. Es wird gleich... Die Aggression wird gleich von Dalu-Karte gelandet. Guck ich's dir an! Der bleibt stehen! Was ist denn jetzt? Wieso rennt der... Was... Wieso flieht der denn? Soll er mich denn auch besiegen? Er ist doch viel schwächer als... Nein, der hat die bessere Montur an. Gar nicht. Er hat aber das... Der hat eine schönere Hose. Wenn er abhaut, dann crafte ich mir hier eiskalt neue Sachen. Schau's dir doch an, Mann. Der hat viel geilere Sachen. Das ist niemand. Dalu, ich schlag den einen noch ein bisschen zusammen. Jetzt machst du den letzten Schlag. Sehr gut. Hast du jetzt deine Diamantensachen gemacht? Gut, warte kurz. Guck mal, ich hab dir Fischchen gebrochen, Dalu. Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Wer hat der aus Versehen fallen gelassen? Und gegen. Das ist alles nicht echt. Guckt's euch an. Das ist ja vielleicht eine Show hier. Jetzt reibt er wieder weg. Oh, die haben alle Känguru. Wie er ihm noch den Fisch hingeworfen hat. Das war so ein Signal. Weißt du? Noch zwei Minuten. Es muss echter aussehen. Quantum und Key sind skeptisch. Schieß mich an. Oh, der Pfeil. Er hängt immer... Oh, ich komm nicht über diesen einen Block drüber. Er kommt immer näher. Okay, der Pfeil. Guck's dir an. Da holt er einen nach dem anderen. Wurden gefehlt. Ein, zwei, zwei. Nicht mehr schießen. Jetzt nicht mehr. Ich hatte ein HP. Das war ein knappes Ding. Und hier wieder so. Jetzt one versus one. Weißt du Bescheid, ne? Fisch signalisiert. Freund. Damals schon in der Bibel. Ach, Leute. Hier liegt wieder ein Fisch. Weißt du? Die reden sich doch nur Fischen ab. So, jetzt muss ich ihn noch finden. Und der ist ja auf der anderen Seite der Welt. Ja, ist ja gewonnen, ne? Wir wissen ja, wie es endet. Wir haben noch nie Ender-Games gespielt, oder? Ach, das heißt Bestechung oder irgendwie Ender. Das ist so ein alterstümliches Wort für Bestechung. Bestechungs-Games. Man kann ja auch die Coins verschicken. Ich glaube, Dalu hat irgendwie so ein Deal als YouTuber, dass er irgendwie permanent so, wenn er auf dem Server ist, Coins bekommt. Und besticht... Ich nehm doch... Ich nehm immer dasselbe Kit. Das Vampir-Kit. Und besticht damit die anderen. Was ist das denn ab jetzt? Hat der André jetzt das ganze Zeug, weil er durfte ja das Zeug von dem anderen da aufheben. Das soll jetzt den ganzen... Keine Sorge, die Show ist privat, ja? Läuft die Show noch? Ist noch alles gut? Das ist wie Wrestling. Ich bin süßig nach Abtreibungen. Seid so misstrauisch. Ich hatte ne Falle gebaut, bei mir hat noch nix geladen, deswegen... Ach ne. Dalu, das wüsstest du doch. Hast du den Script nicht gelesen? Guck, er steht nur rum, er wartet auch, ne Sir? Lass mal chillen. Ja guck hier, wie alles hier... Also sollen wir noch ein bisschen die Show rauszögern? Brauchst du noch Minuten? Ich find ihn ja auch nicht. Brauchst du noch ein paar Minuten? Wie lange geht der Part? Erst zwölf? Gut. Mach mal noch ein bisschen, dass du volle Werbung draufschalten kannst. Du willst ja voll verdienen, Dalu. Glaub ich mir jetzt wenigstens schon mal entgegen. Immer der Diamanten- und Fischspur hinterher. Warum er mir den Fisch zugeworfen hat, weiß ich. Wir sind doch wieder selber zurückgeworfen. Wir haben's doch alle gesehen. Bei der Werkbank lag nur ein Fisch. Signal, wir brauchen noch drei Minuten. Lass es echt aussehen. Oh Mann, es dauert jetzt echt noch. Ne, ne, 100 Blöcke. Hab ihn gleich. Wir laufen wieder aufeinander zu. Wieder an so'n Berg. Ja, wieder so'n Berg. Kennen wir ja alle. Jetzt haben wir die Plätze getauscht. Er versucht sich gerade selber zu töten anscheinend. Ein bisschen Energie sich selber abziehen. Ja, ja. Guck mal, was macht der hier? Haut der vor mir ab? Ja, der haut vor mir ab. Ah, wie gesagt. Der Fisch hat gesagt. Mehr Zeit. Ja, aber warum haut der den ab? Warum hauen die den überhaupt immer ab in den Ender Games? Das weiß niemand so genau. Ich will doch nur da hin. Ja, ja. Alucard. Ein Mann, der nie ehrenvoll gewinnen kann. Ich habe gekämpft wie kein zweiter. Da ist er eine Kiste. Ja, jetzt hast du zwei. Jetzt 50 Blöcke. Sehe ich ihn schon? Ja, er macht sich wirklich die ganze Zeit selber Schaden aus irgendeinem Grund. Er will angeschlagen dahin. Weißt du, er will unbedingt angeschlagen dahin. Er hat schon das Essen verweigert. Du musst nur zustechen. Ich habe nur ein Herz. Ich verstehe das nicht, warum der wegrennt. Wie gesagt, er will die Show, ne? Welche Show denn? Abzuhauen? Ist das eine tolle Show? Ja, zwei Parts will er draus machen. Oh man, eine Minute. Gott sei Dank, ey. Oh man, hier schön durch zu der Kiste hingeportet. Guck mal rein. Hat er alles abgelegt. Oh, 80 Dias. Hat er extra für dich zusammengefarmt. Warum hast du eigentlich so ein billiges Schwertenarmt? Das ist eine Ablenkung. Warum hast du eigentlich so eine hässliche Krone noch auf? Gold? Das ist eine gute Frage. Oh, das ist eine richtig gute Frage, Kies. Beeil dich mal. Da sieht man, wie amateurhaft er eigentlich ist. Man hat es wieder genau gesehen, dass Darlokard die Materie des Spiels nie verstanden hat. Ich muss Geld ausgeben, um zu gewinnen. Ja, da bin ich dabei. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir aber ganz gespannt. Einen Wahnsinns Schaukampf. Der Mann da drüben hat eine Diamantenrüstung. Ich hasse Känguru. Du wirst doch eh gewinnen. Nee, nicht. Hast nicht genügend gezahlt. Ich wette gleich, bleibt er stehen. Was ist das? Es ruckelt wieder so verdächtig. Bei dir auch? Bei mir ist es ein bisschen so ein Standbild und dann geht's wieder weiter. Ja, aber man sieht immer, wie noch ein Schlag von Darlokard durchgeht. Der Gegner fängt an, seine Rüstung irgendwie auszuziehen aus irgendeinem Grund. Darlokard, warst du viel Rüstung? Soll ich ablegen? Da habt ihr euch aber nicht, da habt ihr euch aber nicht gut abgesprochen. Er wollte seinen Namen wohl hier wieder irgendwie... Nee, das ist Känguru, da kommen wir hier einfach nicht ran. Als Nachempfer. Ja gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich will mal danke fürs Zusehen und... Tschüss! 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 Vielen Dank.